Musik Sie ist Miss Tyria 2016 und das brachte der jungen Schülerin aus dem Bezirk Weiz neben dem Titel auch noch ein eigenes Auto ein. Musik Im Kapfenberger Autohaus Fior bekam die Schönste des Landes die Schlüssel dazu überreicht. Ich habe mich auf den Tag heute wirklich schon gefreut und ich freue mich jetzt, weil das mein erstes eigenes Auto ist. Und ich habe wirklich schon lange darauf hingewartet und jetzt ist es soweit. Also sehr super. Du wirst jetzt im Nachhinein auch noch sehr viel Arbeit haben. Was kommt jetzt alles auf dich zu? Also es sind schon sehr viele Termine. Also ich kriege schon von den Veranstaltern Anfragen rein, ob ich zu der Veranstaltung kommen soll oder zu der. Und das nehme ich auch alles an, weil es auch repräsentativ ist und das ist sehr super. Und dann ist auch die Miss Austria Akademie in der Therme Geinberg. Auf das freie ich mich auch schon richtig mit den Mädels und die alle kennenlernen. Und dann ist eben die Miss Austria Wahl. Das sind so die wichtigeren Termine. Dann ging es für die junge Gewinnerin auch schon ums erste Probesitzen im neuen Auto. Die Freude ist riesengroß und der Geschäftsführer des Autohauses gab der jungen Steirerin eine erste kleine Einschulung. Wie sehen die weiteren Schritte für die junge Miss Thürer aus? Naja, es ist ja so, eine Miss hat ja sehr viele Aufgaben, sehr vielfältig. Sie ist ja nicht nur Model, sie repräsentiert die Steiermark. Und in dieser Funktion muss sie natürlich auch sehr viel unterwegs sein. Sie wird an der Miss Austria Akademie teilnehmen, an der Miss Austria Wahl, aber es gibt auch sehr viele Partnertermine wahrzunehmen. Und da ist es einfach eine nette Geste, wenn man dem Mädchen auch dann für einen gewissen Zeitraum, in dem Fall sechs Monate, ein Auto zur Verfügung stellt. Und unser Autopartner Opel 4 Karpfenberg hat sich bereit erklärt, der Miss Thürer 2016 einen Opel Corsa zur Verfügung zu stellen. Und ich denke mir, das ist ein absolut perfektes Auto für ein junges Mädchen. Nun wurde es offiziell. Die Schlüssel wurden übergeben und das Auto wechselte somit den Besitzer. Miss Thürer bedeutet für uns eine gute mediale Wahrnehmung. Der Erich Weber mit seiner Firma veranstaltet da wirklich eine tolle Geschichte. Und wir versprechen uns davon, einfach die Wahrnehmung auch in Richtung Opel, in Richtung Opel 4 Karpfenberg, dadurch zu stärken. Und wie ist genau die Wahl auf dieses Modell gefallen? Da gibt es jetzt eine Sonderserie, das sind die Black & White Edition. Schauen sehr elegant aus, haben ein OPC-Performance-Paket drinnen. Und Sportlichkeit und Attraktivität, das spricht ja für die Mysterie. Und da gibt es ja gute Kombinationen mit dem Modell. Sechs Monate wird die junge Steirerin nun mit diesem Auto auf Österreichs Straßen unterwegs sein. Wir wünschen ihr gute Fahrt.